Hallo, zu einer weiteren Folge von Narcissons Creed Unity. Ich war dumm, Freunde, ich war sehr, sehr dumm. Denn ich habe nämlich, keine Ahnung, 16 Folgen im Stück aufgenommen. Ja. Und irgendwie war es beim Sound nicht ganz so perfekt. Jetzt bin ich teilweise sehr leise, es regt mich voll auf. Tut mir leid, dass es so ist, dass ich so leise bin in diesen Stellen. Da lag es an Einstellungen für mein Headset. Das hat sich eh von selbst eingestellt, weil ich habe nichts daran herumgeschraubt, gar nichts. Ist jetzt wieder passend, hoffentlich. Müsste ich wieder laut genug sein für euch, um euch dann zu hören. Und, ja, das war auch das Wichtigste. Wir sind jetzt Veteran geworden und machen euch den nächsten Quiz. Das ist der September Massaker. Sequenz 8, 1, 2, Spiel, Laden. Ich frage mich schon auf Ende der neunten Sequenz. Weiter bekamen wir die dritte Fähigkeit von Schlosskampf. Oh, in der Bruder. Ja. Heute Morgen wurde ich von drei Männern belästigt, die einen aufgespießten Kopf umhertrugen. Sie hielten meine Uniform wohl für ein Zeichen des Adels und verlangten, dass ich lang lebe die Republik rufe, um meine Loyalität zu beweisen. Ich schätze, die dreifarbigen Kokaden sind heutzutage passé. Was habt ihr getan? Ich rief, lang lebe die Republik. Ein Mann mit Prinzipien. Leben ist wertvoller als Würde. Aber so etwas passiert, wenn man halb verhungerten Narren die Gewalt über die Regierung gibt und blutrünstigen Wilden das Kommando über die Armee. Rui. Ich wollte ihn in eine weit entfernte Garnison versetzen. Doch er muss wohl über sehr gute Beziehungen verfügen. Er ist... Unberührbar. Aber ihr wisst, wo ich ihn finden kann. In der Kasane erzählt man sich, dass er und eine Einheit seiner Pompane diesen Nachmittag zum Grand Châtelet marschieren wollen. Wenn ihm ein Unglück zustoßen würde, würden nur wenige in Frankreich leiden. Meine Karriere sicher nicht. Tja. Feilt an eurer Redekunst. Ja. Ja. Ich hasse alle Bildschirme. Mir schon erwähnt in jeder Folge. Ich hasse alle Bildschirme. Ja. Sein Sinn. Sinn? Geht doch. Nehmt ihre Wappen. Bloß keine Dummheiten. schon. Kommt schon, Jungs! Bringt mir den Aufseher! Der Kopf muss so stinken, fragt, denke ich mir ja. Der Kopf auf dem Spieß muss so stinken. Wie hält er das den ganzen Tag aus? Alter Mann. Äh, wo ist denn heute aufhören? Ach da. Hübsch, ich bin blind. Ja, da rein und da, äh, äh, und da drauf, äh, was? Wo geht's denn am besten rauf hier? Ich glaube, Eingang gehe ich jetzt nicht rein, glaube ich, weil das ist zu auffällig. Hört uns jetzt gut aus? Ja, passt, ist gut, so rauf geht er. Äh, er schafft das. Ich will eure Hände sehen. Mann, der! Ja, ich glaube schon, greif ich mich, ich dritte mich nicht, ey. Parieren, ah. Alter, jetzt kommt ein Schlag für den... Ich mich treffe, Mann! Scheiß, ey. Scheiß, ey. Scheiß, ey. Ah, alter. Danke. Danke. Merci, monsieur. Ich weiß nicht, unter wem ihr dient, aber abdankt. Bitte. Danke mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Oui, monsieur. Ich will nur, danke. Die Schurken töten. Ablenkung gelegt. Das war, macht einen Gefeind. Habe ich ja gemacht. Ich bin ja nett und hab sie gerettet und gestern lassen, ja? Obwohl ich im Angriff nicht nur helfen will. Ich versteh sie nicht. Äh, der Spaß ist hier oben, okay. Das ist ja nicht... Ah, ich muss noch mehr befreien. Äh, verdammt! Oder? Was ist da da oben? Ah, das sind Spitzen. Das waren diese Spitzen. Man fahr noch nicht da. Alter. Oh, die sind denen noch nicht so dazugekommen. Das ist unfair. Wirst du es ernsthaft an den Schwulen? Nee. Ernsthaft. Wir müssen nach unten durchgehen. Oh, das ist richtig, nein. Oh, oh, irgendwie... Ich, bei mir... Nein, ich weiß wie wir rein müssen. Ich weiß wie wir rein müssen, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Hüpf! Los. Lauf, mein kleiner Sklau. Näh, äh. Näh. Näh. Denen war doch was. Na, haben wir zur Karte, ne? Jetzt noch mal zum Flass, wir müssen nämlich zu dem komischen Treppensymbol und dann so in die Burg hinein klettern. Danke, hallo? Wo? Achso, ich werde. Das Symbol ist ob... Was? Wo ist eigentlich? Ah, ups. Wir warten am Ende. Okay, wir müssen hin. Das hat sich schon geklärt. Wir müssen da lang, nicht an einem Blick. Ups, da drüben. Und dann reinlaufen. Wackelt immer rauf an der Seite. Ich will da rauf, ey. Wachen. Kampfen wir nicht. Da oben sind welche. Wir laufen die Treppe hin. Wir müssen jetzt ganz ruhig sein. Ganz, ganz ruhig sein. Ganz ruhig sein. Oh. Oh. Fenster raus. Oh. Ups. Upsi. Upsi. Stubti. Upsi. Na? Hä? Oh, ich muss rein. Okay. Geh rein, bitte. Du schaffst es? Ja. Der Wächter war der Meisch. Da. Was für eine Sauerei. Was machen wir mit den Leichen? Äh. Einen Moment mal. Äh. Wora warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Sieh dir diese Feindpick an. Wette die Hand auf. Shhh. 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 Woher kommt... Woher kommt der? Woher? War gerade nicht da, oder? Ist du scheiße, du bin der Spaß? Ich rette dich. Garde, garde. Garde. Gar nicht auffallen, oder so. Einfach rufen. Äh. Das sind welche. Äh. Bist du blind, oder so? Ernsthaft? Äh. 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 Dann reden, Alter. Skollum, oder was? Jetzt müssen wir... Hallo? Shhh. Dumme Wachen. Dumme Wachen. Ja. Schöne dir nicht. Wunderschöne dir. So eine schöne Masterball. Oh mein Gott. Was dachten sich gerade. Ich hasse aus Deckungattempate bei jeder Deckung. Drei Jahre lang warten, muss bis sie vorbei geht, man. Das mache ich im Offline-Modus dann. Glaube ich. Macht im Nachhinein. 100%. Halt den Standmener! Ach sie nieder! Beschützt die Gefangenen! Lass sie zurück! Bleibt ruhig! Haltet die Reihe! Sie drücken keinen Ort. Die Reihe! Das habe ich schon besser. Dann! So gut. Ein weiterer Merziger für die Kana zu kommen. Oh myら! Oh. Maen Gerhard. Die K-Sesse. Ich will den Standen. Aber da geht es nicht mehr. Was ich? AHAHAHAH! superb! GAUK! 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 Stop! Was? Was ist das? Ich habe mir gerade gerade gefeiert. Oh. So, kleiner Nuffenspast, ey. Erst mal blinden. Erst? Danke. Los, Angriff, meine Männer. So, die sind auch vernichtet worden. Da. So redet jemand. Da. Ist dieser Weg besser bei deinem Fenster hinten? Ich gehe mal den Weg. Schwieriger. Wir warten, Alter. Hast du wohl eine Nonne verhaut, oder was, ey? Ja, ein Wort besprüft über neue Sport des 18. Jahrhunderts. Schaut auch sehr. Euer Bruder kommt zu Besuch. Wirst ihr ihn nicht sehen? Hörra, haltet ihr nach. Hetzt ihr die Hose etwa zu sehen? Hörra, haltet ihr die Hose, es war zu eng. Ich schlag den Tod. Hörra, haltet ihr nach. Alter, war es so krach, ey. Hörra, haltet ihr nach. Hörra, haltet ihr nach. Hörra, haltet ihr nachher. Hörra, haltet ihr nach. Hörra, haltet ihr nach. Ihr Schmackhäten! Den tüte ich gleich. Ich will noch kurz was machen. Ist das hinten? Ich hab gleich hinten. Ja, ich muss das machen, Freunde, weil ich brauche Munition, sonst komme ich nicht so weit, wie ich kommen will. Nachmalpländern... Nachmalpländern... Und... Sieh, komm ich gleich. Tipp, 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 tipp. Ja, du, äh, 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 äh. So redet er gerade, Alter. Ausnutzen. Was soll ich ausnutzen? Oh, du, äh, 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 äh. Oh, du, äh, 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 äh. Okay, tut mir leid! Also... Während Arbeit rauchen, ist verboten, wie ich schon gesagt habe. Ja. Cyberschuld. Du musst dich so aufdöten, eigentlich. Hehehehe Hatschot Alter Sein Kopf ist hart wie Stahl, Alter Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen Dann müsst ihr auch Gewalt anwenden Denn wir beugen uns niemandem außer Bayonetten Aber verwalten bedeutet regieren Und regieren bedeutet herrschen Das ist der Kern unseres Problems Monsieur Merabo Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts besseres Was? Sie warten nur auf euren Befehl Hungert sie aus Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen Arme seid vorsichtig Was ihr Vorschlag dauert mindestens ein Jahr, Großmeister Wenn nicht zwei Was verdammt Alter, du hattest was in den Händen gesehen Aber was verdammt Was? Ich erwischt dich schon, du Rechter Fick dich Was? Der Schmied Ist der Ist das Oberhaupt? Was? Der Weiß ist Oberhaupt? Oh mein Gott Der Weiß ist ein Templer Verdammte Scheiße Alter Auf das war ich jetzt nicht gefasst Ich dachte mir ja Ist hier so irgend so ein Spacko halt Ich glaube Also haben wir den Anführer Der Bösen Befreit War Alter 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 Bewege Alter Was ist der Schuss Kameramann? Alle Was? Haben wir's bekommen? Wir haben's bekommen! Ah! Wollen wir ihn kurz... Wir müssen ihn beschützen! Nein! Hu! 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 So! Nein! Ja! Watt haben wir bekommen, Mann! In ein Schwert, in eine Waffe! Ausrüttung! Wappen! Ich glaube das war ein Schwert! Ich war einhändig! Wie sieht die aus? Die Waffe! Nee! Hast du mir grad bekommen, ey! Ich versteh's nicht! Watt haben wir bekommen, ey! Was ist doch eine andere Waffe? Was lang? Nee, lang kann's nicht sein, oder? Nee! Watt dann schwer? Nee! Ja! Egal! Auch du weißt! Ist ihm nicht so wichtig! Würde ich sagen, wir sehen uns gleich! Bei der Nack-Stand! Oh! 43.000 in meiner Drohe! 43.000 in meiner Drohe! Oh, okay! Muss ich vielleicht auch mal holen! Ich würde sagen, bis gleich zur nächsten Folge! Im nächsten Folge, Mann! Zum nächsten Quest! Oder wohl! Nein! Bis zur nächsten Folge! Das passt schon! Wenn wir zu lange sind, brauchen wir zu lange zum hochladen! Das geht dann nicht! Tut mir leid, Freunde! Bis zum nächsten Mal! Und! Ich hoffe, wir betöten bald den... Silverschmied! Also den Anführer! Den Führer! Der Böschen-Fan-Plame! Ja! Ja!